Iron from Ice Muchachos, da bin ich wieder, euer Deko von Illusors und wir zocken weiter Game of Thrones, A Telltale Game, ne A Telltale Series, ich glaube es hieß A Telltale Series, Episode 6, The Ice Dragon, wir haben in der letzten Folge das Intro gehabt quasi und fangen jetzt an, man hat schon gesehen, wir kommen nach Königsmund, die Hauptstadt, und wir werden mal sehen, hier gehen auf jeden Fall die krassesten Intrigen ab, und da sind wir, Mira Forrester, in Königsmund, da sind die Wachen, und wir werden mal sehen, was jetzt passiert, denn wir haben schon ein paar Sachen verbrochen, die kann man schon sagen, unter anderem ein Mord, den wir versuchen zu verschleiern, ähm, mal gucken, was passiert. Okay, wir wollen stimmen, wir können jetzt lauschen, wahrscheinlich. Open, listen, wir openen, weil wir wollen nicht lauschen. Please, Lady Marjorie, please don't send me back to Highgarden. Finally, you grace us with your presence. I was beginning to think you'd found someone else to serve. Is everything all right, my lady? What's happened? I'll get to you in a moment. Do you realize how precarious my position is with Cersei? Of course, my lady. Of all the people in King's Landing, you steal from the Queen Regent. I didn't mean... Did you know about this? Sarah's been stealing wine. Oh, fuck. From Cersei, no less. As if I haven't got enough to worry about. No, my lady. It doesn't sound like something Sarah would do. Is that so? I had no idea. Really? Half the servants in the Keep are talking about it, but somehow you're in the dark? I'm sorry. I shouldn't get so flustered. I shouldn't get so flustered. It's just... I need order in my household. Until I'm married to Tommen, I can't afford any more mistakes. I have no choice but to make changes among my handmaidens. Oh, fuck. Tommen's Garden Party, Mira. What were you thinking? I can't believe you'd be so irresponsible. I expected better of you. I had urgent business there, my lady. People were counting on me. Otherwise, I would never have disobeyed you. I'm sure you had your reasons, Mira. You always do. At least you're honest about it. Sarah's been saying some damning things about you, Mira. I suspect in an effort to save her own neck... My lady, please! You've said enough. One of you must answer for this. Sarah says you used her to get you into the party. You've been with me a long time, Mira. When I'm queen, I'll need people I can count on. Please, tell me this isn't true. No, please, Mira. I don't deserve to lose my position for this. Oh, I'm begging you. Will she our truth be fair? Will she tell us the truth? Sarah, please. My lady, I... I'm sorry. Sarah's telling the truth. Fuck, was passiert jetzt? This has been building for some time, Mira, but it still breaks my heart. I've been nothing but good to you. I've put up with your schemes. I've even tried to help you in your family where I could. And you repay me with this. I feel... betrayed. I won't have it. You'd have done the same in my position. Don't tell me what I would or would not do. Consider yourself dismissed from my service. But, but, my lady. Get out! The King's Landing house. Ähm... Eben, weil wir in dieser Position waren, als... Als... Handmaiden, wie nennt man das nochmal? Als Dienerin. Der zukünftigen Königin. Und jetzt sind wir so ein bisschen gefüt. Vera, warte! Ich bin so sorry. Sie war so angry. Ich... 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 from being sent home. I can't believe you did that for me. I expected I'd be on my way to Highgarden by now. But you stood up for me. Maybe I shouldn't have. It's cost me a lot. But what's done is done. Well, thank you anyway. I know you didn't have to. I wish things had turned out differently. Hören, das hat uns ganz schön was gekostet. But I suppose... Das sie uns verraten hat. Und wir ehrlich waren. I'm not sure when... I'm not sure we'll... See each other again. Tarwick is a lovely man. Good luck with your wedding. Thanks, Mira. I'll send you an invitation. Yeah, I'll send you an invitation. Yeah, I'll send you an invitation. Yeah, I'll send you an invitation. There's something I need to tell you. Something I heard. Okay. There are some vile rumors going on about you. Rumors? About you murdering a Lannister guard. Oh fuck. I thought you should know. Thanks, Sarah. Mira? Careful, Mira. You're on your own now. You're on your own now. Half a league or less. Aber man... ...macht halt das, was man selber denkt, was richtig ist. I know that's not nose bastard Griff. He was said to kill me. Not Roderick. He wouldn't run home to his father without trying again. Listen close. I want the road surrounded. Ride hard for Ironrath. Don't turn back. If this goes to hell, they'll need to know about Roderick. Yeah! Okay, we're still in the fall. Laylow, you're ready to strike the moment I give the order. Okay. And what order is that, Asher? Follow my lead. Spill their blood. No prisoners. Pay the road with their blood. Spill their blood. Okay, and there they come. They try to overcome. Bam! Get the hell out! Take them! Kill the Kronestans! Oh yeah! Bash gun. Oh yeah. Jetzt ist es Zeit, dass wir unsere Familie retten. BAMS, Alter! Wer ist der? Ich denke, was er machen kann. Wir haben uns ja hier am Ende der letzten Episode diese Gladiatoren... Ja, dein Bruder war der Gladiatoren. Ich weiß schon, wer jetzt stürzt. Den machen wir mal platt. Mal los! Du kannst ruhig bleiben jetzt hier. Es geht um unsere Familie. Wir werden sie alle um das zu töten. Ja. Das werden wir tun. Roderick. Ich wünsche, dass ich ihn kennengelernt habe. Ich wünsche ihm, Asha. Ich werde niemals mit ihm trinken, fighten mit ihm, fighten mit ihm, complain über was ein Ars sein, his kleine Bruder ist. Ich wünsche mir noch etwas mehr zu sagen. Wenn ich hörte, er war, nach der Twins sind, ich bin... ich bin... ich bin... ... 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 Roderick! Ja, Roderick. Wie kann das passieren? Es macht keinen Sinn. Er ist ein Heroin. Gregor war ein Heroin. Ethan war ein Heroin. Aber jetzt, Roderick? Das bedeutet nichts für mich! Es war seine Veranstaltung, die uns ermöglicht. Die letzte Zeit, ich habe ihn aus der Runde. Talia, Mutter. Hör auf mich. Wir haben noch nicht mehr Zeit zu mourn. Noch nicht. Der Herr ist sicher zu gehen. Er könnte uns an unsere Garten vor dem Nachtfall sein. Aber da ist noch Hoffnung. Ich habe noch Hilfe. Ich habe noch Hilfe. Warriors aus den Narrow Seen. Mit keinem in Westeros. Whatever ihre skill, sie sind gar nicht an army. M'lady. Ich habe sie in battle, twice jetzt. Und ich habe sie Asher lead sie. Sie sind eine force zu sein. Und sie werden mehr als Equal zu etwas Ludd kann. Was für ein bisschen zu tun. Wie kann ich das sagen? Wir haben bereits verloren. Was bist du? Was bist du? Ramsey Snow. Er kam hier. Er hat die Trennung in Westeros. Er hat gesagt, die letzte Haus auf dem Westeros steht. Und mit der Lorde von Haus Forrester, dead. Lady Elena's not wrong. By Ramsay's term, this war's lost the moment the Boltons learn of this. Oh fuck Ramsay Snow. Fuck the Boltons! This war is not over until I say it is! Asher will lead us! Asher is our lord! Asher! Fuck Ramsay Snow. Ramsay Snow will be the greatest motherfucker around. Asher, I wish this were a happier occasion, but this sword has been held by a Forrester lord for centuries. Now it is yours. Schwert Forrester. All hail Asher Forrester! Lord of Ironrath! Defender of the Ironwood Groves! My father never trained me to be a lord. This was supposed to be Roderick's sword, but I was trained to fight. And by the gods, I will defend my father's house to the last breath. House Forrester will prevail this day! And by the gods, I will defend my father's house. So why? Is that right? I will defend your father's house to the last breath. I am a bit... I am a bit... We want to defend our family. Our house to be a part of our family. Our family members to be a part of our family. Our family members to be a part of our family. A bit... Wir machen noch eben einen Satz zu Ende. Look at him, he's a crow. Muchachos, damit verabschieden wir uns von dieser Folge. Es war wieder ziemlich episch, es war ziemlich geil. Wir hatten den ersten richtigen Fight. Wir werden sehen, was mit House Forrester passieren wird, ob wir es verteidigen können. Leider ist Mira aus dem Dienst von Lady Margaery ausgeschieden. Mal sehen, was sie noch weiter ohne ihren Rang in King's Landing erreichen kann. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Gebt einen Daumen nach oben und reingehaut bis zur nächsten Folge. Bye, bye.